Herzlich willkommen in der Abteilung Infrastruktur. Wir sind ein Team von 500 Mitarbeitern. Unsere drei Hauptaufgaben sind der Betrieb und Unterhalt von 74 Gebäuden, die Energieversorgung des Flughafens und das Parking. Das technische und bauliche Gebäudemanagement befasst sich mit dem gesamten Lebenszyklus der technischen Einrichtungen, von der Planung bis zur Inbetriebssetzung. Qualifizierte Fachleute, Architekten, Ingenieure und Techniker aus unterschiedlichsten Fachgebieten sind für einen störungsfreien Betrieb rund um die Uhr im Einsatz. Störungs- und Schadensmeldungen werden über die Gebäudeleitzentrale Service24 entgegengenommen und koordiniert. Auch zusätzliche Reinigungsaufträge werden über Service24 ausgelöst. Neben den Störungsbehebungen ist auch die Wartung und Instandhaltung nach den gesetzlichen Vorschriften ein wichtiger Bestandteil unseres Tagesgeschäfts. Als präventive Maßnahme werden regelmäßig integrale Tests von einzelnen Anlagen oder ganzen Gebäuden durchgeführt, um einerseits die Funktion der sicherheitsrelevanten Einrichtungen zu testen und andererseits Betriebsabläufe ständig zu optimieren. Wir sind nicht nur Spezialisten in der Gebäudetechnik, sondern stellen auch sämtliche flughafenspezifischen Einrichtungen und Sicherheitsanlagen zur Verfügung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Aus der Flughafen Zürich AG werden pro Jahr ungefähr 130 Gigawattstunden Strom verteilt. Rund 15% davon werden im eigenen Heizkraftwerk erzeugt. Die zentrale Wärmeerzeugung mit Wärmekraftkoppelung und unser Fernwärmenetz ermöglichen die fossilen Ressourcen optimal zu nutzen. Wir sind das Kompetenzzentrum für das Parking und den Individualverkehr. Von der Planung und Produktentwicklung bis zur Sicherstellung der Parkingerträge. Die Zutritt- und Parkzentrale überwacht die Parkhäuser und Parkflächen im öffentlichen Bereich am Flughafen Zürich und sorgt für einen reibungslosen Verkehrsfluss. Sie regelt und überwacht alle Zutritte von Personen, welche ins nicht-öffentliche Flughafengebiet erfolgen. Die Mitarbeiter sind rund um die Uhr für die Kunden da. Um weiterhin konkurrenzfähig und somit fit für die Zukunft zu bleiben, geben wir unser umfangreiches Know-how auch an externe Firmen auf dem Flughafenareal weiter.